Hallo Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Abenteuer, wieder von Diana Schons auf Suche nach neuen Abenteuern. Hier ist Augustus König, speziell bei Captain America. Heute stehe ich vor einem Cineworld, Cineplex, das Kino da, in Dettelbach, Mainfrankenberg, Murat Kitzing da. Und zeige euch heute ihre schöne Weihnachtsbeleuchtung extra gemacht haben. Also ihre wunderschöne Weihnachtsbeleuchtung. Das zeige ich euch jetzt. Und vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Einschauen. Ich wünsche euch schon viel Spaß beim Up- und Action. Und alles mache ich zum guten Zweck, dass ihr erzählen könnt, dass ihr sehen könnt, wie toll die Welt ist, oder was Tolles hier ist, live erleben könnt. Run Up Action, 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 Action. What's in the world? Ich bin da vielleicht dann. Nach drüben, mörken, in der Arthur Mock. Dach, mit der Arthur Mock, angehen. Die Führung sind wieder aufgefunden. Untertitelung. BR 2018 Hier, haben Sie vielleicht Interesse an diesem Superpabagei? Was geht, wenn ein paar Boote in den Türen auch steckt? Wir kennen kein Zurück. Es wird von uns in Licht Wir lassen uns keine Gefahr gehen Schönen Läuftung Verraut auf uns, wir packen's an Wer kann uns widerstehen Für Freunde, das sind wir Tschuldigung und S George und Tim wie der Hund Für Freunde, das sind wir Wir kommen schnell herbei Wann immer ihr es wollt Wir kommen schnell herbei Und schon sind wir da Sind wir da something Ich gebe das Ich gebe es dass sie So Leute, das war's, der Hoppengang beendet, fand ich's eine schöne Beleuchtung, find'n's cool, echt schön gemacht, super Beleuchtung, das Cineworld-Team da, hat da gut gemacht und hier sind sogar noch, haben sie hier, paar Plätze gemacht für Elektrofahrzeuge, zum Tanken, cool, ne, einfach mit Elektrofahrzeuge, kann ich hier tanken, ne, cool, ne, recht ruhig, Starksturm, Schleimahlsturm, oder keine Ahnung, ja, ist echt gut, dann, ciao, gute Nacht, und ich wünsche euch alle einen, am Sonntag, einen schönen Advent, einen dritten Advent, glaube ich, das ist ein Sonntag, ne, dritten Advent, einen schönen dritten Advent am Sonntag, bye. Hahaha Wir sind wieder da, auf der Nutzungjagd, verschlecht's der Groner, immer am Start, wir sind wieder das, wir liegen auf der Dauer, wir sind die Pfefferkörner, 1, 2, 3, 4, Daumen und Verbrecher, 5, 6,4, 5, 6, 7,8, wir sind jeder am Ferwer, youths und openness, wir sind der Verte, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 25.